Musik 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 Ich heiße Julia de Bojamo. Ich heiße Niams Angela. Ich bin Rosinger Johanna. Mein Name ist Dutza Dina. Mein Name ist Sijma Gönem. Hallo, ich bin Nami. Mein Name ist Camelia Maria Baltes. Ich heiße Agostina Dorton. Hallo, ich heiße Anna. Mein Name ist Diana Regina Junesch. Und ich habe es mir schon immer gewünscht, Lehrer auszubilden. Musik Ich habe hier studiert und dann habe ich neue Leute kennengelernt. Das hat auch Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich habe auch die deutsche Sprache geübt. Musik Ich habe neue Methoden, Lehrmethoden gelernt. Es ist super hier. Die Atmosphäre ist sehr plass. Es ist sehr intim. Wir sind wie eine Familie. Wir singen zusammen, wir spielen zusammen. Es macht sehr viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß an den Stunden teilzunehmen. Als ich mich hier eingeschrieben habe, glaubte ich, ich werde hier nicht bleiben. Ich war noch bei einer anderen Hochschule. Ich habe mir schon als kleines Kind gewünscht, Lehrerin zu werden, da meine eigene Grundschullehrerin mir ein sehr großes Vorbild war. Ich glaube, dass dieser Studiengang oder Lehrer sein, auch nur für eine bestimmte Zeit, dein ganzes Leben verändern kann. Eine Universität formt dich mehr als irgendeine andere Schulform, weil du die Entscheidung trägst. Und so habe ich meine Entscheidung getroffen. Ich glaube, alles, was du dir danach in den Kopf setzt, kannst du machen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es wäre gut, wenn du auch mit dabei sein möchtest. Komm und studiere hier. Wir brauchen dich. Komm auch. Komm auch. Wir fahren fahren. Ich bin nicht, ich bin nur aus der Regrettung. Ja, ich fühle mich froh hier in der Schule. Musik Musik Komm zu uns. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020